mach mal so eine komisch dass die alle tot sind ok da sieht mich eine echt jetzt alter ernsthaft warum sterbe ich immer fast halber bei denen du was er hat warum hat der brandbomben gehabt und ich habe ich will auch so was haben was ich wollte wenn ich aufklatsche kommt mir langsam so ein bisschen vor ok weiter gucken bin ich leider schon zweimal gestorben ich würde sehr glatt gerne mal aussupieren flasche nehmen wir die flasche ich weiß sie mal auf den kopf noch nicht brand munition da hat da war doch noch nicht tot ich dachte er wird tot ok Er war doch nicht tot. Ich hab gedacht, vielleicht ist da so Öl drin oder irgendwie sowas, was vielleicht... Okay, das da drin wäre natürlich interessant vielleicht. Ich weiß nur, ob wir da reinkommen ohne das... Äh, glaub ich wenige. Ich glaube, wir brauchen bessere Waffen. Wir hauen ja auch nicht von uns ab, also von daher... Aber ist das vielleicht Pinz? Ach, Mann! Du! Okay, Waffen ziehen. Komm schon her. Oh, eine Zaubererei, du! Eine Zaubererei! Komm! What?! Feiße! Haben wir ein Problem? Jetzt haben wir ein Problem! Komm! Dann hat jetzt keine Axt nach mir geschmissen, oder? Ernsthaft?! Ey! Komm her! Ah! Ah! Oh, oh! Ah! Scheiße, ey! Mit Munition immer sparsam sein! Mit Munition immer sparsam sein! Ah! 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 mit munition immer spaß am seite ja ich weiß was sie ich bekomme dann nichts ja überhaupt nicht gelohnt ja komm schon ok erstes schimmer weg vielleicht mal die axt stoppen ja ich kann jetzt so raus locken was schon einzeln und dann irgendwie sehr viel hunger also hier kann man wirklich sehr 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 viel finden würde ich sagen sehr sehr viel sehr sehr viel er zieht weg an die drüber schweißen und dann drauf schießt dann auch oben da ist ein toter müssen wir da die hand von dem sehr lecker mhm wirklich lecker ich habe Hunger ne ok 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 Hey Zombies, kann ich euch nicht hier irgendwie herlocken oder so? Warte mal, mit der Flasche bestimmt, ne? Komm doch mal her, hierher. Da unten ist so ne schöne Öllache, also Benzinlache. Oh, mach doch mal die Tür für mich auf, oder? Ja, kommt hier. Kommt halt raus, kommt halt, kommt, kommt. Ey, ihr werdet's doch schaffen, hier rauszukommen, oder? Komm, so doof seid ihr doch nicht, komm. Wird ihr blöd? Ernsthaft? Naja, erstmal die Suppe aufnehmen. Achttausend Gehle, Alter, da muss ich doch endlich mal was machen. So, ich mach jetzt die Tür auf. Wo geht's natürlich auch. Hier, da, ich hab gleich ne Axt bekommen. Alter Schuss. Oh, das Gebäude hat stumm. Okay, das kann funktionieren. Okay, das sind aber noch mehr. Ja, vielleicht brauchen wir die Öllache ja später, also. Kann man das auch anders machen. Mal, aber langsam komme ich an Spaß von dem Spiel. Langsam habe ich richtig Spaß an dem Spiel. Also, gruseln tue ich mich jetzt irgendwie nicht mehr momentan. Vielleicht, weil ich die Hauptstory nicht mache, oder so. Weil ich nebenbei so Nebenmissionen mache. Oder mich hier einfach nur umgucke. Vielleicht liegt's daran. Ich bin nicht müde, aber nicht. Aber es macht Spaß. So, da waren es nur zwei. Ja, ich krieg's. Ja, komm her. BATS! Ja, zweiter Nehmung gesetzt. Gruppe aufsammeln. Gruppe aufsammeln. Gruppe aufsammeln. Gruppe aufsammeln. 9000 Gel haben wir. 9000 Gel. Ich muss die irgendwann mal mal verwenden, ey. Ich muss die echt mal verwenden. Bleibt hoffentlich auch tot. Oh, ich dachte schon, dass... Oh. Okay, der LKW hat ja auch irgendwie nicht weitergeholfen. Glaub ich, du bist trotzdem tot. Hast dich, glaub ich, selbst gerichtet. Guck mal LKW. Guck mal LKW. Guck mal LKW. Warte mal auf, vorher jag' ich mir noch schöne Spritze rein. Guck mal nach unten. Hm, also ne Idee. Da ist Benzingen, gell. Wirst du schon einen Schuss und in Flammen und Zombies brennen. kann es sein oder ich habe doch den freund da also frischfleisch kommt gleich so öffnen ja kommt der zu mir kommt ja jetzt lauf und sebastian warum schon sebastian nicht genau hierher kommt er und der kaum zu bauer kommt feuer heiß feuer ist heiß voll heiß oh lalala vergiss es mit deiner Axt hier nee 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 dachte jetzt nicht dass die nicht alle mitgekommen sind das glaube ich jetzt nicht oder sind die nicht wirklich jetzt wenn mich jetzt bist du da jetzt einfach mal alle da hinten reingegangen was haben wir hier oh oh beides voll super gelohnt aber wir können ja komplett hoch halten hätten wir das vorher gewusst ok hat sich nach meiner Meinung nicht so wirklich gelohnt der Axt ok dann gehen wir mal in die Lagerhalle hier rüber haben wir ja alles schon vorbereitet und die Falle haben wir jetzt ausgelöst hat sich nicht so wirklich gelohnt ich hab gedacht die folgen mir alle weil jetzt sind wir irgendwie nicht alle gefolgt nur die zwei aber gut halb so schlimm halb so schlimm halb so schlimm sogar bist du noch wach oder schläfst du schon oder schläfst du schon bei lauter Langeweile bei dir weiß ich jetzt doch gerade am natürlich auch da so gespeichert hm ganz schön wichtig bündowichtig automatisch speichern gleich in der okay ich glaube da ist wollte uns nur ein bisschen so beteiligen naja immerhin 300 kann man immer wieder gebrauchen die ja das wird w Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 okay war so hochklettern okay dann stehe ich für einen rätselweg da durch irgendwo unten auf dem boden vielleicht was okay das waren zwei schüsse für den dort kriegst du auf jeden fall nicht okay komischerweise hochklettern können wir nicht Leute irgendwie muss er doch da hochkommen bringen kann er ja nicht kann er von außen geht es aber auch nicht draußen könnte ich wieder da hätte er sein können okay mysteriöse maschine du hast das gefühlt das schon mal gesehen zu haben kannst aber nicht genau sagen wann oder wo jedenfalls sieht das ziemlich aus als also beschließt es ein zimmer auf zu würde sagen ich habe ein easter egg gefahren würde ich jetzt mal behaupten weil das ja von bild ist ja von bestehster vom publisher und das spiel wurde ja auch von bestehster gemacht ulfenstein es sieht so aus wie so ein roboter von dann so ein roboter hund aus den teilen nur order also wohin sei nur order oder den allblatt gab es die hunde ja ich denke mir das vermute ich einfach mal habe ich nämlich auch gespielt aber cool eine kleine easter egg so komischerweise da komme ich nach oben ja da drüben komme ich nicht wird wird dann nicht öffnen wahrscheinlich geht es wieder nur von einer seite nur von der falschen seite hier in den raum reingekommen durch ein tunnelsystem oder so ok merken wir uns für später wir können hier nur einsetzen und uns ist auch für den dann lohnt sich der ganze scheiß auch wieder nicht aber wir können uns ja mehr merken wo es ist und ebenfalls dann mal wieder da hingehen hm aber eigentlich schade außer wir laufen jetzt mal hier entlang ob er von der seite hinkommt wer weiß wer weiß ah das ist nur ein busch ne gibt es auch keinen so einen tunnel oder sowas wo man jetzt in das andere gebäude reinkommt schade eigentlich ne brauche ich dazu auch was was ich später vielleicht erst im spiel bekommen kann natürlich möglich sein weiß es natürlich nicht könnte natürlich alles möglich sein ich muss mal kurz den städter holen von mir von mir von mir von mir und ja wo bin ich jetzt eigentlich alles im wegpunkt lassen wir mal wenn wir später noch da hält man aus und da hat man eine leiche immer wir müssen da mal rein jetzt muss ich sagen wird mal schrecklich erwartet mal ich habe mir die um hier reingehen ist ja schon fast wieder da am anfang bei uns er lebt doch um wir schwamm tauchen die wieder auf hier können wir ja eigentlich mal unsere geht benutzen könnten eigentlich mal das gelbe nutzen und wer jetzt schon geht da wäre würde ich ihn fragen wo ausrüsten oder nicht da ist anscheinend ist eingeschlagen wir machen erst die updates und dann ja mit mit kc ich habe aber kein tier mehr gefunden wo ist unser roboter eigentlich also spart das ist ja nicht uns active bestien ok der ist tot weil wir sein foto gefunden unser kollege hier da ist er den haben wir gefunden wo ist mein roboter da ist mein roboter cool ok so dann gehen wir mal ins eingemachte wir gehen jetzt mal zu den updates machen da ist das joker auch so enttäuscht dass ich mich selten erschrecke wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß da gehen wir uns doch mal auf den ich finde den musik einfach cool und jetzt ganz heimlich sie haben etwas mitgebracht ein schlüssel exzellent manche schlüssel führen zur erleuchtung aber dieser gehört nicht dazu dieser ist eher weltlich aber dennoch nützlich na los öffnen sie einen sein inhalt ist in ihren händen besser aufgehoben als hier unter verschluss ok äh kamera bewegen jetzt hatte ich mich doch glatt ein bisschen erschrocken aber nur ein bisschen also so wirklich erschreckt habe ich mich jetzt nicht aber auch bisschen für wo